Gesponsert durch die SWA findet hier auf dem Gaswerksgelände, dem Kulturgelände in Augsburg, der heutige Kulturstream statt. Und damit das alles funktioniert, braucht es aber nicht nur uns, sondern ganz viele weitere Leute. Seit vier Wochen planen wir die Streams aus den Spielstätten der Stadt Augsburg, um Spenden zu sammeln für die Club- und Kulturszene. Hi, ich bin der Max von der Gruppe 20 Veranstaltungstechnik. Ich mache heute Abend hier einen Ton. Wir in der Veranstaltungsbranche freuen uns natürlich mega, dass hier sowas stattfindet. Damit wir arbeiten können und euch trotzdem Party nach Hause bringen können. Ich bin von Urban Uncut. Wir sind eine lokale Filmproduktion hier aus Augsburg und wir unterstützen den Club- und Kultur-Stream mit unserer Technik und unserem Know-how. Servus, wir sind Lila Blue. Wir hatten sehr viele Festivals gespielt dieses Jahr und leider fallen alle ins Wasser und es ist umso schöner, dass wir hier jetzt spielen können und auch unsere Songs präsentieren dürfen. Das ist einfach eine super Unterstützung und wir sind total dankbar, dass wir hier mitmachen dürfen. Musik Vielen Dank.